Jetzt nach rechts, hier ist links Hier ist nichts Doch hier sind wir Da wo ich denke, dass wir sind Auf der anderen Seite davon Also bringt diese Mauer eigentlich wenig? Scheiße Obwohl ich dieses eine System habe, ja? Beziehungsweise die beiden Systeme Von wegen Fackeln nach rechts Scheiße Und zumauern Mist, verdammter Ich habe keinen Bock, mich einfach nach oben zu graben Weil ich weiß, dass ich grundsätzlich auf Wasser treffen werde Fuck, wie schnell Gib her das Ding Muss ich mich da nochmal durchgraben Oder ich gehe Nirgendwo durch Warte mal Da muss ich hoch Und da vorbei Hier lang Gut Da haben wir den gebaut Muss ich mal gucken Vielleicht hier etwas Oh, hier sind wir bei der Lava Oh, das ist ja nett Ähm, Cobblestone Kann man die Lava mal abdichten So Und vielleicht Da noch einmal eine Fackel Cool wäre es auch, wenn wir diese eine Stelle finden würden Wo wir Rausgekommen sind Wo wir dann das erste Mal Die ganzen Sachen abgelegt haben Habe ich nicht gesagt, dass ich eigentlich nichts mehr durchsuchen wollte Oder so Ja, meine Hoffnung ist noch, dass wir irgendwo doch vielleicht noch einen Ein Ausgang finden Oh mein Gott Ich glaube, für das erste habe ich genug von Höhlen Mit einem klaren Kopf muss man da mal reingehen Anders hat es keinen Sinn Und dass ich diese eine Eisenhose da doppelt geschmiedet habe Es kotzt mich auch an Also Es kotzt mich an Es kotzt mich richtig an Ich sehe schon die Kommentare Vollloop Oder sowas Ähm Äh Äh Wie viel Kohle Ist doch unmöglich So Die letzte Spitzhacke Okay Theoretisch könnte man sich noch, äh Ehm 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 Furnace Oder wie die heißen Damit dann Neues Eisen machen So Man kann sich auch eine Steinhacke machen So Man kann sich auch eine Steinhacke machen Oh da Na los Wasser verschwinde Eisen Nochmal Eisen Nochmal Eisen Nochmal Eisen Nochmal Eisen Oh ich hatte schon Angst gehabt, dass da Gravel runterrutscht Irgendwahr hier ist nix mehr Es ist gut, aber auch irgendwo schlecht Schlecht Weil ich ehrlich gesagt hoffen und natte, dass wir hier einen Ausgang finden Hm Kompass habe ich zur Not dabei Das Gezeug verschwindet auch nicht Oh Gott, wo kommt der denn schon wieder her Da steht da Zum Henker Zwei Oh mein Gott Huah Ah ja Gut, gut, gut Aber hier muss ein Ausgang sein Ah Moment Ja genau Ich habe mich so drum herum gegraben Kein Wunder Weshalb ich dachte, dass das Ja, ja Ah Dem Himmel sei Dank Und wir waren genau Dort nicht Ne, Moment Wir waren dort irgendwo Da Ah Nein, nein, nein Da gehe ich nicht rein, ne, ne, ne Oh Gott Geh weg Von wo du jetzt? Ne Hinter mir bestimmt Kein Bock jetzt drauf Oder? Genau, wir waren dann dort Wir haben dann genau hier drauf gelunzt Bei uns wird hier niemand los Oh oh Ich wusste es Ah, verpiss dich So, jetzt gehen wir endlich mal raus hier Kein Bock mehr auf das Ganze Und hier haben wir noch ein Lava-Seg Hier haben wir den Lava-Seg Da ist auch noch nicht ganz So Also die haben noch einige Gänge offen Moment mal Gehen wir ja richtig Nein Die Faktion waren gerade auf der rechten Seite Da Links 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 Lava-Seg Stimmt, wir müssen da lang Links Abgesichert 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 Hinter uns Da lang Da runter Ja Gravel Da hoch Unser Dreier-Fackel-Kombination Da ist ja auch noch ein Weg Also noch eine Höhle Und da Ja Wir haben es geschafft Schauen, gibt es hier irgendwas was ich mitnehmen kann Die Rails Ein paar davon Kann ich hier irgendetwas lassen Was ich nicht brauche vielleicht Ne, nix Gehen wir mit allem einfach Nach oben Auch schön ne Also ich Da müssen wir hoch Ja Lade doch Na gut, danke Halleluja Bis dahinten hin Gott Gott, war das ein Auftrag Du Wir kamen doch grad von da Was soll diese Verarsche jetzt Wo muss ich hoch? Ah, hier ist die Leiter Ah Schön Dann geht's nach Hause Nach Hause telefonieren Vielleicht Vielleicht nehm ich jetzt eigentlich auf Weiß ich gar nicht gerade Aus dem Stehgreif Zwei Stunden vielleicht Ungefähr eineinhalb Aber das war mir grad echt zu viel So im Großen und Ganzen So, dann werden wir da nochmal abernten Und Wir können jetzt mal dieses ganze Gezeug hier Da rein Da rein Moment, 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 Moment Warte mal Eins Zwei Oh Ach du Scheiße Aber das ist auf jeden Fall schon mal ne Ausbeute Aber kein Gold Na doch, Gold hatten wir schon gefunden Aber Fünf Diamanten Was machen wir nur damit? Und auch zu viel Kohle Hm Hm, 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 hm Na, super Packen wir die da hin, die da hin Redstone Haben wir auch ein paar Die kommen da hin Flint Haben wir dort Da haben wir noch einmal 64 Kohle Das teilen wir einfach Hier rauf Da einmal Der braucht ja nicht Hier einmal Holz haben wir im Inventar Das können wir auch erstmal da hin packen Da haben wir noch etwas übrig Diese Hose hier Packen wir da hin Melonen können wir wieder mitnehmen Bones Lassen wir da Die verbauen wir gleich nochmal Das lassen wir erstmal da Das packen wir Oh Gott, oh Gott Ich glaube so ein 64er Ding Ähm Verarbeite ich zu nem Und so Da war das so Jawohl Einfach mal Einfach mal Einfach mal zu Wolle verbauen Vielleicht kann man die irgendwann gebrauchen Fehlt irgendetwas Ich glaube ich gucke mal in den Weckzeugkasten Dieser Kasten Ja genau Cheers und ne Rod Flint Jawoll Die Rails Verbauen wir gleich mal Wo ich jetzt noch Hier Ne da welche drinne Oh Vielleicht schaffen wir es dann auch endlich Äh Diese Strecke hier Zu Ende zu bauen Wär auf jeden Fall toll Bitte Okay, hier geht es dann weiter. Erstmal fuddern. Und da fällt mir ein, dass da gleich theoretisch vorne noch eine weitere Erdspalte kommen wird. Also, was Minenarbeit betrifft, wir werden wahrscheinlich nie Langeweile haben. Oder irgendwie auf die Suche gehen müssen. Dann kommt auf die Idee und baut dann... Okay, ganz kommen wir immer noch nicht weit. Also ganz durch. Weil die Erdspalte, allein diese Größe, ja. Ja, da ist was. Da geht es noch weiter hin. Meine Fresse, ey. Digga, es wird uns wahrscheinlich nie langweilig. Also, wir können noch nicht mal bis zu kurz.